So Johnny, dann wollen wir mal loslegen. Ich bin noch nicht im Spiel. Oh mein Gott, wundert mich. Doch, bist du... Ich gehe mal kurz telefonieren, bis gleich. Bis gleich. Oh, jetzt sehe ich was. Gut, und... Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Ich auch nicht, wir sind total... Port Wurstow. Oder was? Port Wurstow. Oh, da. Oder nein, Mount Kretschnik. Daneben Mount Kretschnik. Mount Kretschnik. Wie ich setze Marker. Oh so, ich setze Marker. Da, das war zu Marker. Und runter. Runter? Okay. Wo ist Mount Kretschnik? Ich sehe nicht. Links von dir. Oder unter dir jetzt. Oh, da. Sieht gar nicht aus wie... Sieht, ne. Sieht vollkommen anders aus. Weißt du noch, früher? Hm. Schön gut, doch. Da bin ich. Da bin ich mein Name. Da bin ich mein Name. Der Mann mit der Päitchen. Der Mensch. Der Mensch mit der Päitchen. Dann sind Sie der Päitschen August mit der Zippelmütze. Oh, 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 oh. Jetzt wird es hart. Ich brauche es ab, du Idiot. Sind Sie vielleicht die seltsame Gräfe? Ich bin der Päitchen. Der spielt sich immer noch so beschissen. Ah! Wo ist der Päitchen? Wo ist der Päitchen? Ich sitze in diesem Haus. Ist er noch da? Anke? Anke, yeah. Oh! Zweikels. Pisse, Alter. Hat er gedacht, ey. Hat er falsch gedacht, hat er das? Hat er nicht gedacht, glaube ich. Nicht so richtig viel, hat er gedacht. Ah, der Ruxli. Dankeschön. Komm, rüber zu dir. Der hat eine Zweifeste gehabt, ja geil Uzi Ich muss jetzt mal wieder reinkommen Mit der Steuerung von Ring auf Elysium Das ist ein bisschen Anders Spielt sich halt scheiße einfach Ja, das ist ganz anders jetzt Aber fängt gut an Ja, das ist besser als beim letzten Mal Oh, ich glaube ich, das war falsch gemacht Egal Da muss man alle Aufsätze selber drauf tun Das ist noch für richtige Hardcore-Gamer Das ist also Sind zwei Jungs, nein, einer Schüssel da oben am Fenster Ja, komm rein hier Ja, ich bin hinter dem Haus Da oben am Fenster Da oben rechts Ja Kann ich hier markieren eigentlich auch? Ja, ich höre ihn Er kommt Oder hier hin? So, ich bin jetzt raus Alles klar Bis morgen Bis morgen Bis morgen Tschüss 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 Nein Ach Mist Sehr schön Da war noch einer Da war noch einer Ist da noch einer? Irgendwo war da noch einer Ja gut, egal Komm Bleibt mal hier liegen Warte Wenn der reinkommt, sieht der ja zuerst mit dich Du bist irgendwo schon Ich habe mich gekillt Vielen Dank Ich habe mich gekillt Sehr schön Ich habe so gut wie keine Dings mehr Hey So richtig krassen Scheiß Hatte der jetzt auch nicht Aber wir sind doch beide tot hier, oder? Wir sind beide tot, ja Der eine lag da schon Achso Mach schon Uah Da 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 Der 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 Sehr gut Dann kommen wir überhaupt mal raus aus dem Gebäude Ey, wir haben es überlebt bis jetzt Ey, wie viel Ich wollte noch niemandem ins Gesicht schlafen Nee Ich will ihm einfach Oh, dreifach Wie benutze ich denn was? Ich schwöre, wenn wir eine Runde kriegen Hä? Alter, hast du mich gerade geschlagen? Ich habe nichts gemacht Hier ist eine Gasmaske Schön Nimm du mal das dreifach Ich habe nämlich auch Dreier Weste Dreier, uh Ich habe aber keine Waffe für das Äh Was ist denn das hier auch? Keine Soul Rifle oder sowas Schalldumper Für? Meine Thompson Warte, da liegt doch ein Vector Dass man hier noch alles selbst drauf packen muss Ja, das ist Das ist so schrecklich, ey Ich meine, ich bin voll verwöhnt hier Da ist mal Schmerzmittel reingedödelt Ah, wir nehmen lieber die hier Das hier weg, das hier weg Oh, willst du mich verarschen, Alter? Wenn du eine Waffe wegpackt, warum macht das Visier nicht gleich runter? So, jetzt Dann nochmal mit Äh, sind wir in der Zone? Wir sind in der Zone Ist die Notar? Ja, sehr schön Ich brauche Verbände, Alter Ich habe nichts mehr Äh, ich habe auch nichts Ich habe nur einen Medikit Ja, ich habe Äh Ja, ein Verbände Ich habe nur eine UMP Gibt es irgendwie nochmal Gibt es hier andere Waffen? Ähm, ich habe noch Hier oben liegt noch eine Vector Ja, das ist ja auch eine SMG Ja, eine Winchester liegt hier noch Aber sonst Die ist doch scheiße Ja So richtig weiter komme ich hier auch nicht Nee Geh mal raus Ja, komm, wir müssen weiter Haben wir alles geludelt hier eigentlich? Geh mal ins Haus hier rein Klappschaft Okay, hier sind da schon Oh, erweitert das Magazin für Schnellzugriff Magazin Skorpion, äh Was nehme ich die überhaupt mit, ey Nö, hier ist nichts Oh, ein U-Logisier, sehr schön Zugangsmagazin Boah, Alter Ich bin so fast von Brauchst du noch ein Schnellzugriffsmagazin? Ja Ich glaube, das sollte Hier Ich weiß nicht, ob die jetzt für dich ist Nö Wie gesagt, ich habe nur die UMP Ich würde gerne mal irgendwie Ein Vier oder sonst Ein Dreier hatten wir doch Oder nicht Ein Dreier habe ich Aber wie fehlt die Waffe dafür? Achso Gut, ich würde sagen, den Berg runter hier, ne So langsam Ich bin jetzt auf Snowboard schwiegen Ja Los, ich zäh drücken Da passiert nichts, oder? Nee Alter, jetzt mal wieder dran gewöhnen, ey So häufig werde ich das nicht spielen Nö, jetzt einmal so die neue Map Ja, die mal testen Vielleicht mal ein schönes Video drüber Ja, sieht doch auch nett aus Oh, hier ist eine UMP Läuft nicht mehr ganz so behindert Mit der Kaffee Karte Es läuft flüssiger, oder? Das Problem ist halt irgendwie Also ich glaube, prinzipiell ist es flüssig Aber es fühlt sich ganz komisch an Ja Ich gehe mal rechts rum Also ich verstehe nicht Das habe ich aber nur in PUBG Also es muss halt wirklich am Spielen liegen Warte ich jetzt die Tür offen? Ja, ihr auch Ja, okay Dann war ich hier einfach schon leer Ich nehme die scheiß Winchester jetzt mit Da muss ich irgendwas haben Wie liegt denn der Revolver? Bis auf mehr als drei Meter schießt Ist die Winchester Einzelschuss? Ja, ich glaube von Halli, hallo Ist hier jemand? Hallelöle Ja, die macht Räte nämlich mit So Zone ist gut Soll runter zu den paar Häusern? Ja, ne? Was soll schon groß passieren? Wir können sterben Ist aber nur ein Theorie Das war eigentlich für ein Gerücht Oh Ähm Ich wollte kurz sagen Da hier oben Da Hier rechts kommst du bei mir Ja, ich sehe Aber halten die an? Ja, die Die kommen rund Ne, die fahren weiter, ne? Irgendwann muss man hinterher Ja, die fahren weiter Die fahren weiter hoch Hätten hier sein können Ich will auf Snowboard, Alter PUBG Das fehlt hier, ne? Also wirklich Ist nicht realistisch Aber ich muss sagen Das sieht gut aus Also die Map sieht gut aus Die Map sieht gut aus Weil sie aussieht wie Ring of Elysium Ja Ich habe auch In PUBG immer das Gefühl Wenn Ich wen zuerst sehe Oder er mich zuerst sieht Dann ist es vorbei Also ich habe nicht Also wenn einer auf mich schießt Habe ich nicht den Chance Also nicht den Hauch Eines Gefühls von Da könnte ich noch was reißen Was ist das denn da? Warum wird dann da Rakete abgeschossen? Wird dann da Geht das Magazin? Jawohl Kann man da hin? Ja, bestimmt Ja, dann auch Aufwürdig sein Obwohl das Ein bisschen weg von der Zone Ja Oh, Medikit ja endlich Ich hätte auch noch Medikit gehabt Wieso sagst du denn was? Ja, das hilft ja nicht Also voll bin ich, ja Aber Achso Ja, das ist ja nicht wie Ich teile es in Ruhe Ruhe Kein mal gucken amigos gutversehen Ah nein, ich habe meine OP eingetauscht Das wollte ich aber nicht Ich kann ja auch nur zwei Waffen mitnehmen ja Unrealist today Du kriegst ein komplett anderes Spiel Wollt ich die OP zu tun lassen Sieht aber nicht schlecht aus So hoch aus und dann mit dem mit der Sniper runter Sieh es ist ja bestimmt Raketen Silo oder keine Ahnung was das sein soll Fliegende Pimmel ist das Dann nehmen wir den Fliegende Pimmel Ich glaube du gehst barfuß Sieh es aber als ob du barfuß gehst Respekt Oh Respekt Peter in der UMP Schotti Oh ja Da machst du aber nur Instant Kills Das ist ein bisschen langweilig oder nicht? Die liegt in zweifach Und eine AKM Ja Packen wir den 3er Scope drauf Oh der M16 Den nehm ich doch So was wollte ich auch Keine Armbrust Jetzt habe ich eine M4 hier Willst du die noch holen? Ja die nehm ich Ja die nehm ich So schön schön Ähm Ja 120 Bisschen kriegt er aufgeben Aber lass erstmal in die Zone rein Ja das ist mir auch gehofft Ich habe sie nicht kommen sehen Nicht gut Seit wann ist man schneller als die Zone? Seit wann ist die Zone langsamer als du? Sollte die Frage lauten Ja und so ne Kannst sagen da ist jemand drin Da ja Aber da ist keiner drin Da ist keiner drin So hier rein Zack Hier ist noch Moni Und hier ist noch eine M16 Sehr schön Kann sie nehmen Kann sie das Neh mal die M16 würde ich sagen Jetzt musste ich natürlich meinen 3er Scope zurücklassen In der In der Panik Das ist äh Pfff Aber ein 2er Scope habe ich zumindest noch Sehr schön Ganz ehrlich ob jetzt 3er oder 2er Ne da macht man keinen Unterschiede Ich mach da nicht so Unterschiede Nicht ganz ehrlich Nein macht man auch nicht Also das ist auch bei mir alles Die Jacke wie Hose ist da Genau Da soll man auch keine Unterschiede machen Ist nur oberflächlich Ja Ein Hodenvisier habe ich sonst noch Falls du das brauchst Ein Hodenvisier? Ja Ein Hodenvisier Na was hast du Ich hab's nicht verstanden Ein Hodenvisier Ein Hodenvisier Ja Da ein Hohlo Ach Hohlo Du hast ja schon Energy gegönnt Das finde ich jetzt echt scheiße Weißt du Ich hatte Durst Kompensator Gegen und dran klatschen Kann ich nicht Ähm Ja Okay Wo müssen wir denn mal hin Wir müssen Weiter müssen wir Wir sind fast wieder da wo wir waren Ist ein Zeichen Im Leben Komm einfach nicht Aber nicht genau hier Nicht ganz Hohen 2er Rucksack Sehr schön Alter Der zeigt mir mal an Hier guck mal Diese Sache würde perfekt auf deine Waffe passen Ja Ja Wir müssen uns beeilen Sind wir weit? Das ist hier nicht ja nett Das ist hier nicht Nö Nö Ist nicht weit Ich habe überhaupt keinen hier Doch ein Medikid Hänge Dingsfest Ja Das fängst du öfter Aber das ist okay Ich gehe mal da oben ins Haus Ist das okay Ist das noch drinne? Das müsste noch drin sein Ja Ja Das ist hier Ja Oh Südliche Richtung Feindliche Aktivitäten Feindliche Aktivitäten Feindliche Aktivitäten Feindliche Aktivität Feindliche Aktivität Steckt die Abwehrkräfte Aktivität Ne was nicht Aktivität Ja Was ist denn noch ein Aktivität? Was ist denn noch ein Aktivität? Oh keil ist da ja Kopf so geht es einfach Die würde keine normalen eigentlich Kommt doch rein Bart Das hier Das Jackass Und da Es wird mich auch keiner mehr zu sich nach Hause eilt Ja Ach komm Alter wir haben doch die Tür Bah Ist mir scheiß egal Hier ist nischt Ja Nö Wie sie sehen sie denn nichts Wie sie sehen Werden wir gewinnen Wir gehen rein, gewinnen Und der besser wird Oh da ist es einer Was? Da ein Baum Da oben Nein Jetzt aim doch raus Ich hab nichts Da ist dahinter ein Baum Ich hab nichts Ich hab nichts gesehen Alter Kein Der hat auch Eisbein gefressen Der sitzt da wenn du rauskuckst Wo bist du denn? Ich bin tot Du machst das schon Du machst das schon Du hast ihn am 16ern gekriegt Versehen Zeig dein Köpfchen Wo ist er? Ich weiß nicht ob er noch da ist Oh Ich hab das nicht mehr abgelegt Was? Was? Alter Nö Komm Aufnahmebeben, Spielbeben, den löschen, den installieren He 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 Und Was? Vielen Dank.